Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen wen so lange führen, bis die Sicherheit des schicken Balenciagas gewährleistet ist. Ich frage nun, wollt ihr den totalen Balenciaga? Die beste politische Waffe ist die Waffe des Balenciagas. Style verlangt Respekt. Die Menschen mögen uns hassen, aber wir verlangen nicht ihre Liebe, sondern ihre Komplimente für unser Aussehen. Balenciaga hat stets ein Reich stark gemacht. H&M haben höchstens ein Volk hässlich gemacht. Die Partei ist Balenciaga. Balenciaga ist Deutschland. Balenciaga und Gucci sind unvereinbar. Mein Führer, Sie haben den größten Drip aller Zeiten. Vom Standpunkt der deutschen Außenpolitik kann ich nur sagen, dieser Prozess wird in die Geschichte eingehen als ein Beispiel für den besten Fashion-Stil. Ich will ne schöne Leiche sein, eine die Balenciaga trägt. Bis zum nächsten Mal.